Musik Hier geht es um das Dominik Leichti Signature Gacon und die ganze Bauern Klanginitiative von Deutschland. Musik Ich bin eigentlich schon seit Längerem Endorser dieser Firma Klanginitiative Perkussion von Deutschland. Einmal als ich in der Frankfurter Musikmesse war, in ihrem Stand, habe ich die Neuesten Gaconza angespielt. Einmal musste ich sagen, dass sie mit Abstand die Besten für mich sind. Und er hat mir gesagt, schau, ich verfolge dich. Ich sehe, wie viel du spielst mit unserem Instrument. Das ehrt uns sehr, oder? Und haben mich dann auch gefragt, ob ich Lust habe, jetzt Dominik Leichti Signature Gacon zu machen. Und das war für mich die grösste Ehre. Das ist sehr, sehr sexy. Musik 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 Warum haben Minigacon so ein extrem gutes Ansprechverhalten? Das ist eigentlich nur ein Grund, oder? Weil der ganze Korpus, die Spelfläche und alles rundherum in der Natur belassen wird. Ja, das Holz ist mit einer dünnen Ölschicht behandelt worden. Oder das ist auch das Holz noch Holz, oder? Es ist nicht verfälscht worden mit einer Lackschicht. Genau aus diesem Grund kann man auf Minigaconza sehr, sehr schöne Wischtechniken herausholen oder auch sehr, sehr dynamisch spielen. Musik Musik Am Schluss möchte ich mich gerne bedanken, bei Markus und bei Henriette für ihre super Arbeit, die sie machen, für die schönen Gaconzen, die sie bauen, für mich. Merci vielmals. Und ich hoffe, wir können noch lange, lange, lange zusammenarbeiten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020